Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorene Tag. Nach dem Stierkampf wollte ich etwas landestypisches Essen. Ich ging also in der Nähe der Arena in ein kleines Restaurant und bitte den Ober um eine Empfehlung. Dann nehmen du Gojones, empfiehlt mir der Ober. Ich warte eine halbe Stunde und dann kommt dieser mit einem großen Teller. Darauf zwei große, eiartige Gebilde. Ich frage den Ober, was denn Gojones sind und der Kellner erklärt, Erst ekelte ich mich ja ein wenig, aber dann schmeckte es doch ganz gut. Und eine Woche später, wieder nach dem Stierkampf, ging ich erneut in das Restaurant. Weltmännisch, wie ich mich inzwischen fühlte, bestellte ich wieder Gojones. Und nur eine Minute später brachte der Ober das gewünschte Essen. Aber diesmal waren nur ganz kleine, eiförmige Gebilde darauf zu finden. Ich bat den Ober um eine Erklärung, worauf der lakonisch antwortete, A diesem Mal hatte nicht die Stier verloren, die Kampf. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. Untertitelung des ZDF für funk, 2017